Hallihallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Informationsvideo zu School of Dragons mit und von eurem Darth Steffen Zockt. Und ja, hier wollte ich einfach noch ein kleines Informationsvideo machen, denn ich habe ja einen Clan aufgemacht in dem Spiel, einen eigenen Clan. Und ja, da ich ja auch schon angesprochen habe mehrere Male, dass ich auch mal ein Community Treff machen möchte und ein Fantreffen mit Drachen-Themen-Fans und Dragons-Fans. Und dieses Spiel haben, halt in dem Spiel mal ein Treffen machen. Daher will ich euch einfach einmal einen Freundescode zeigen, über den ihr mich adden könnt. D9KQ22, über den könnt ihr mich gerne adden. Dann nehme ich eure Freundschaftsanfragen an und werde euch daraufhin auch eine Einladung in meinen Clan schicken, den ich euch jetzt mal zeigen werde. Und zwar ist das der Clan Drachenfans Forever. Und der Clan geht natürlich nur mit Einladung. Ich habe ihn nicht öffentlich gemacht. Da kann ich euch nur einladen mit Einladungsnachricht. Wie gesagt, das ist mein Clan hier im Spiel, wo ich gerne euch einladen möchte. 10 Slots sind frei. Also wer schnell ist, hat den Vorteil in den Clan zu kommen, vor die wir sehen, dass sie voll sind. Viere sind schon belegt inzwischen. Also ran an die Buletten, würde ich sagen. Und ja, wie gesagt, schaut gerne auf den Freundescode, schickt mir eine Einladung. Ich nehme euch dann an und füge euch, wie gesagt, in meinen Clan ein. Ich würde mich sehr freuen, noch über viele Leute, die da vielleicht gerne mal mitmachen möchten. Bei meinem Clan und, äh, einem Fantreffen hier im Spiel. Das würde ich richtig gut finden, ne? Weil, wie schon gesagt, das Fantreffen hatte ich schon sehr, sehr lange in Szenen und würde es echt gerne mal langsam auch machen. Daher mache ich nochmal das Informationsvideo extra, was ich eigentlich auch schon lange fertig haben wollte und nie gemacht habe, weil ich immer keinen Bock oder Lust hatte, das aufzunehmen. Aber jetzt habe ich gerade Bock und Laune aufzunehmen, daher mache ich das gerade mal auch fix nebenbei. Und ja, das war es eigentlich schon alles, was ich sagen wollte erstmal. Wie gesagt, ihr seid recht herzlich in meinen Clan eingeladen, wer möchte. Und ja, würde mich sehr darüber freuen, wenn ein paar Leute noch mit in den Clan reinkommen würden. Ich würde mich freuen, wenn ich den vielleicht auch voll bekomme, die 10 Slots. Mal schauen. Schade, dass es nicht mehr geht, aber naja, vielleicht wird es irgendwann mal noch erweitert in einen Update, was sehr schön wäre. Weil 10 ist bisschen wenig, muss ich sagen. Hätten ruhig 20 sein können oder 25 Slots. Ich denke mal, das wäre schon möglich noch von der Serverleistung des Spiels. Na gut. So, nun ist alles gesagt, was ich sagen wollte. An der Stelle beende ich jetzt auch wieder das kleine Informationsvideo. Es ist nicht lange. Ich wollte ja nur die Information durchgeben kurz mit den Clan und dass ihr mich hätten könnt. Und ja, sage ich an der Stelle wieder Ciao mit V. Euer Darth Steffen zockt. Möge das Drachenreuther Blut und die Macht mit euch sein. Bis bald, bis bald und hoffe vielleicht sogar mal hier im Spiel zusammen. Als kleines LBT oder als Livestream mal, wer Bock hat. Also dann, Ciao, Ciao, Ciao.